Und noch eine, ich habe ja mehrere Farben, ich werde euch das alles zeigen, damit ihr wieder ein bisschen teilnehmen können an meiner Kreativität, an meinem Fachwissen, an meinem Können. Ihr geht bewusst jetzt her, macht keine Werbung für irgendeine Firma, was das Material anbelangt. Ihr werdet nicht bezahlt für das, sondern ich stelle hier wirklich nur meine Kreativität, mein Ideenreichtum und Vorstellungen für euch vor und mache hier keine Werbung für ein Produkt. So, der trocknet recht schnell. Ich mache das jetzt am Abend, damit ich morgen schon weiter drauf arbeiten kann.